Letzte Folge gab es mit Cancelo schon einen richtig guten La Liga Tots, den kann ich natürlich gebrauchen für die anstehende Wikileaks, das Team sieht auch schon gut aus, mal schauen was heute drin ist. Und damit herzlich willkommen zu Tag 35 bis 37 von unserer Pack to Glory, von unserer First Owner Erstbesitzer Serie. Das ist das Team mit dem ich weitergespielt habe, das heißt ich habe es ein bisschen verändert, habe hier Kwasi, unsere Abstoßkarte, die wir gefühlt 10 mal gezogen haben. Die habe ich ins Team eingebaut und die war natürlich dann auch direkt im Sturm, konnte ich richtig geil verlinken, wegen Elfenbeinküste und wegen Zaha, dadurch dann noch Tadic und Muslera drin. Ich habe Pedro Gonsalves gespielt, ich habe Pepe mal gespielt, Kondé, den ich aus dem Cup habe, Cancelo, Nesta und Batscha und Katote, wie gesagt, auch noch drin. Also ein komplett anderes, komplett bunt gemixes Team, auch zu dem, was ich die ersten 5 Spiele noch in der letzten Folge gesehen habe, was ihr auch gerade gesehen habt im Intro. Wieso und warum? Ich hatte es ja schon so ein bisschen auch in den letzten Folgen, konnte man das glaube ich immer so ein bisschen raushören. Ich war ein bisschen traurig darüber, dass wir oft so dieselben Karten spielen mussten, weil ich habe einfach in der Breite zu wenig gute Karten. Ich nehme mal das beste Beispiel Rodri. Immer wenn ich Rodri spielen will, dann muss ich eigentlich mit Greenwood zocken, weil das meine einzige Manchester City Karte ist. Ich könnte jetzt natürlich auch mit so ganz vielen Premier League Karten spielen, aber ich versuche ja schon immer mindestens so 3, vielleicht auch manchmal 4 Ligen einzubauen. Und deshalb dachte ich mir so, komm, ich spiele jetzt einfach mal all diese Karten, die ich sonst fast überhaupt, oder die ich relativ wenig spiele. So wie zum Beispiel Kwasi, Batscha, Katote habe ich kaum gespielt, Nesta nicht, Cancelo logischerweise nicht und natürlich auch Gonsalves und Pepe. Und dachte mir, ich gucke einfach mal, wie lange es läuft. Mein Ziel war auf jeden Fall die 16 Siege, so wie immer. Ich habe am Dienstag diesmal die Welt durchgespielt, also habe ich gegen die ganzen Tryhards gezockt. Das kann ich schon mal sagen, es war wirklich eine schwere WL. Und ich dachte mir, so also 8 Spiele, 8 Siege, dann wäre ich bei 13, dann kriege ich Fekir und dann werde ich das Team nochmal umbauen und so werden wir es auch machen. Also es werden hier immer mal wieder ein paar Änderungen vorgenommen am Team, weil ich brauche einfach frischen Wind. Und auch wenn das natürlich meilenweit nicht das beste Team ist. Ich meine, wir haben halt im Sturm Kwasi, wir hätten auch eine Sam Kerr zum Beispiel auf der Bank, die natürlich deutlich besser ist. Oder auch ein Oli Watkins ist mit Sicherheit deutlich besser. Aber wie gesagt, mir macht es einfach mehr Spaß, wenn ich dann immer wieder was anderes zocke und nicht gefühlt jede Woche immer wieder dasselbe. Das Team war auch wirklich gut. Ich hatte hier direkt im zweiten Spiel an dem Tag, also Spiel Nummer 7, direkt ein Spiel, das war so ganz, 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 ganz kurios. Der Gegner hatte zur Halbzeit 64% Ballbesitz. Ihr seht immer nur die Tore, aber das war einer, der hat mir wirklich den Spaß am Spiel genommen. Der hat nur Seitenwechsel gemacht, nur den Ball gehalten. Er hat auch fast immer geführt, wie ihr seht. Und hat wirklich komplett rein provoziert. Also es war schon wirklich schlimm, ja. Und das aller, 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 allerbeste war aber, dass wir immer wieder zurückkamen und in der 91. Minute so ein richtiges Ranz-Talk gemacht haben. Zum 7 zu 6 und dann kam natürlich auch der Gritty on top. Also das war ein Spiel, da war mein ganzer Chat, hat nur reingeschrieben, danke, dass du gegen den gewonnen hast. Und wenn das der Chat schon so explizit reinschreibt, dann wisst ihr schon, das war keiner, gegen den man gerne spielt. Und natürlich ist er dann auch in der 90. Minute rausgequittet, ist ja logisch, weil der war dann natürlich auch irgendwie extrem sauer. Also da habe ich schon gemerkt, das könnte eine unangenehme Weekend League werden. Wir haben ja in der letzten Woche, beziehungsweise die beiden letzten Wochen, Rang 1 geholt. Und von daher wusste ich, Rang 1 ist jetzt auch wieder möglich, aber das Matching muss auch passen. Und ich hatte das, ich habe auf meinem Main-Account ja diese Woche zuerst die WL gespielt, manchmal habe ich es auch schon andersrum gemacht. Da habe ich schon gemerkt, dass das Matching für mich diese Woche schwerer ist. Und auch hier war es jetzt auch wieder so. Das habe ich schon direkt gemerkt in den ersten Spielen. Ich habe, ich nehme euch das mal als Vergleich, um es zu unterstreichen, für diese 15 Spiele brauchte ich knapp 4 Stunden 40 Minuten. Normalerweise teile ich mir die Spiele halt extra auf, dass ich nicht genau so lange spielen muss. Das Problem ist halt so ein bisschen, nach so 3 Stunden Weekend League, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich, nach so 3 Stunden Weekend League, ich spiele fast wirklich immer durch, ich mache vielleicht mal so 2 Minuten Pause und ziehe vielleicht mal ein Pack, aber dann gehe ich halt immer wieder direkt rein. Nach so 3 Stunden WL bin ich komplett Matsche im Kopf, wenn die Spiele halt so knapp sind und so spannend sind und auch einfach so träge. Ja, wo du halt jedes Spiel, selbst hier, dann ist es mal so ein 5-3, dann sieht es zwar deutlich aus, aber es war halt trotzdem einfach ein anstrengendes Spiel. Und dann wird es für mich, irgendwann kann ich mich einfach nicht mehr so gut konzentrieren. Jetzt ist halt das Problem, wenn ich jetzt nicht streamen würde, in dem Fall, oder wenn ich jetzt nicht Content machen würde, würde ich halt bei 15-1, mache ich halt erstmal 2 Stunden Pause und chill halt dann einfach eine Runde. Aber wenn du 15-1 stehst, dann willst du ja auch fertig spielen, weil die Zuschauer natürlich auch die Packs sehen und so weiter und so fort. Ich will euch ja auch immer rechtzeitig das Video bringen. Man ist da so ein bisschen in so einem, ja, in so einem Gewissenskonflikt, ja. Ja, gehe ich jetzt darauf, dass ich vielleicht dann doch mich nochmal ausruhe und vielleicht dann einen Sieg mehr hole, oder gehe ich darauf, dass der Content halt dann am Ende des Tages besser ist? Und dann gehe ich natürlich immer auf den Content. Also habe ich hier natürlich fertig gespielt und habe vor allem gemerkt, dass am Ende es sehr anstrengend wurde für mich. Das habe ich halt hier generell auch schon gemerkt. Jedes Spiel ging gefühlt über 90 Minuten. Jedes Spiel sind extrem viele Tore gefallen. Pepe war tatsächlich, ich habe ja so ein bisschen mit den alten Herren hinten gespielt, ja. Da mit Nesta und Pepe. Und da habe ich schon gemerkt, auch in dem Spiel hier, habe ich dann am Ende, ich glaube, es war das 4 zu 3. So ist es. Und dann noch das 5 zu 3 gemacht. Also auch das wieder zweites, drittes Schwitzerspiel direkt hintereinander, wo es wirklich hart war. Pepe ist ein paar Mal am Ball vorbeigelaufen. So, der war leider nicht ganz so geil. Der war zwar cool, er war jetzt auch nicht schlecht, aber du merkst einfach, wenn du ein Pepe, also wenn ich nicht Pepe und Nesta drin gehabt hätte, sondern zum Beispiel Tese und Hanko oder Rotri sogar wieder in der IV, der natürlich mit Abstand unser bester IV war, weil wir den da immer hingestellt haben. So wie da in der Szene. Dann ist es natürlich deutlich entspannter und dann würde ich auch weniger Tore kriegen. Dennoch, das Team hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr habt das auch gesehen, Korsi hat schon so viele Tore reingemacht. Und auch hier, das Team war trotzdem ziemlich gut und deswegen wollte ich es auch nicht upgraden oder verändern oder verbessern, bis ich halt Fekir habe. Dann hätte ich ihn sowieso eingebaut. Stars war natürlich wie immer Zaha, Tadic, super. Korsi war gut, Kanzelo war gut, Batscha war gut. Meine Doppel-Sechs war natürlich ein bisschen klein mit Gonsalves und Kondé. Dadurch, dass Kondé aber natürlich, ja, einfach auch sehr defensiv stark ist und Gonsalves halt nach vorne ein ganz gutes, ging das eigentlich auch einigermaßen fit. Bei 10-0 habe ich den gegen einen gespielt, der hatte schon Fekir, also war auf jeden Fall ein 13-14-Siegespieler, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich sage es euch ehrlich, der war im Vergleich zu den drei Gegnern davor der mit Abstand leichteste, wo ich dann auch einfach erkannt habe. Vielleicht, man kann es natürlich an einem Spiel nicht festmachen, aber ich glaube schon, dass ich da viele Gegner auch hatte, die eher so in Richtung 16-18 Siege holen, wo es dann halt so ein 5-3 oder so gibt am Ende, wo ich halt mich wirklich richtig anstrengen muss. Und hier wahrscheinlich eher einer, der stand vielleicht 13-5 oder so und hat vielleicht noch um die 14 Siege geölt. Also nochmal so zwei, drei Siege weniger am Wochenende holt. Und da habe ich dann auch direkt wieder 4-1 gewonnen. Also das war dann für mich ein recht einfaches Game. Kann man natürlich nach einem Spiel immer nicht hundertprozentig sagen, ist natürlich ganz klar. Vielleicht ging es für den auch um gar nichts mehr und der stand, weiß ich nicht, 14-5 und macht einfach noch sein letztes Game für irgendwas. Und denkt sich so, komm, ich renne einfach ein bisschen rauf. Aber das war trotzdem bezeichnend, dass der mit Fehlkipp, wo man wirklich mal sehen konnte, er hat schon 13 Siege, der leichteste aus den letzten vier Spielen war. Dann habe ich nach 11 Spielen ein paar Packs geöffnet. Da war leider nichts drin, außer hier der Traoré. Ansonsten war da wirklich gar nichts mit dabei, obwohl es dann 10x300 plus 10x400 plus war. Und dann habe ich aber mit den ganzen Karten natürlich ein Eigebick gemacht. Und da kam Van Nistelrooy, Larsson und Hugo Sanchez raus. Ich habe mich für Hugo Sanchez entschieden und bereue das zu diesem Zeitpunkt schon. Denn ich glaube, ich hätte Rüth Van Nistelrooy nehmen sollen. Mit 5-Stern-Rekord hätte der mir, glaube ich, besser gefallen. Ich habe damals Winter-Wildcard-Hugo Sanchez gezogen. Und der war bodenlos. Der hat super Werte, hat der Sanchez ja auch. Und der war komplett bodenlos. Und ich dachte, vielleicht ist der jetzt besser. Der hat aber auch Skills und nicht Weakfoot. Guten Morgen, Laddi. Und von daher, ich habe den gleich auch eingebaut. Ich kann euch schon mal sagen, der bleibt nicht lange im Team. Der war wirklich komplett bodenlos. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Da wäre Van Nistelrooy, glaube ich, deutlich cooler gewesen. Aber naja, weil ich glaube, dass der erst auch eine gute Karte ist. Vielleicht so ein bisschen so Drogba edelt. Natürlich nicht ganz so geil wie Drogba, auch nicht die passenden Playstyles. Aber insgesamt trotzdem, naja, ganz nice. Ihr seht das hier. Kuasi und Katota haben ordentlich genetzt. Also die Offensive kann ich euch sehr empfehlen. Und es hat großen Spaß gemacht. Und genau deswegen zocke ich auch immer wieder mit so komplett verrückten, kreativen Teams. Und Spielern, mit denen sonst fast niemand spielt. Denn Kuasi hat jeder, glaube ich, gedacht. Ey, das ist eine absolute Abstoß-Totz-Karte. Die benutzt man nur für Tauschvorgänge oder für irgendwelche SBCs. Aber sie hat halt 96 Pace, 93 Abschluss, 4 Sterne, 4 Sterne, goldenen Power-Schuss, goldene Raserei. Und mit der läufst du einfach durch und schießt den Ball rein. Und das hat sie auch super gemacht. Sie hat sogar noch einen silbernen Finesse-Schuss. Das hilft natürlich auch extrem. Und es war wirklich eine Karte, die richtig gut war. Natürlich schwer zu verlinken, ganz klar. Aber dadurch, dass wir zerharten, hat es sich dann natürlich sehr gut angeboten. Dann war das schon das Spiel um Fink hier. Also 12-0 standig. Es lief also mal wieder richtig gut. Kurs, Rang 1. Man muss es so knallert sagen. Die letzten Wochen haben wir teilweise sogar 19-0 geholt. Jetzt wieder 12-0. Also habe ich mein Ziel dann irgendwann mal geupdatet. Auch hier wieder Kuasi mit einem richtig guten Tor. Also mein Ziel geupdatet von 16 Siege auf. Da ist deutlich mehr drin. Zumal der Gegner hier dann auch mal wieder sich eine rote abgeholt hat. Also ich hatte in der Welt zwei Leute. Einmal mit Werner und einmal mit Garnaccio, die sich eine rote Karte abgeholt haben. Das ist natürlich sehr angenehm. Denn so konnte ich dann im Normalfall natürlich das Spiel von vorne weg spielen. Hier allerdings habe ich dann aus einem 3-1-Bit-Führung es hinbekommen, innerhalb von 10 Ingeminuten, dass das Ganze dann auf einen 3-3 geht. Also da hat man dann auch einfach gemerkt, so ein Havertz, der ist natürlich auch einfach nochmal eine sehr, 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 sehr geile Karte. Und habe hier die erste Ratten-Ecke hinbekommen. Rodri habe ich dann immer eingewechselt. Das habt ihr natürlich auch gesehen. Wechsel war natürlich wie immer da. Da bin ich jetzt noch nicht so krass drauf eingegangen. Wir haben Aldo Sari oft reingetan. Kehr habe ich hin und wieder mal eingewechselt. Lemelo und Rodri, wie gesagt, auf der 6. Weil die 6 war ja so ein bisschen so unser, ja, nicht ganz so perfekt. Und Tese oft dann halt noch für die IV. Und das Spiel kann man dann auch gewinnen, sodass wir dann also flawless, das seht ihr hier, den Fekir abgeholt haben. Und noch zwei Siege fehlen mir zu Azpilicueta und noch zwei Siege fehlen mir auch noch zu einem weiteren Zimmer von Max Plus. Das alles gibt es heute noch natürlich in der Folge. Keine Sorge, da werdet ihr eine Main kriegen. Fekir, den habe ich ganz kurz angetestet auf meinem Main-Account. Aber ich habe gesagt, komm, ich zocke den mal in diesem Team jetzt auf der Pack to Glory. Da habe ich dann Xavi eingebaut, Williams eingebaut, Xharka eingebaut, Dante eingebaut, Kobel eingebaut, Sanchez eingebaut. Also auch hier hatten wir wieder, ich glaube, acht Karten, die komplett neu waren. Ja, also gespielt habe ich nur Nuno Mendes ganz kurz, Xavi, Cancelo und Tarr. Die habe ich schon gespielt gehabt. Wobei man da auch Nuno Mendes was ausklamm muss. Also achteinhalb Karten, komplett neu, die ich teilweise noch gar nicht hatte. Ich wollte auch unbedingt mal Kobel probieren. Und mit Xharka passt das natürlich ganz gut. Und habe hier dann gegen Gold van Dijk gespielt. Und da habe ich gemerkt, das ist das erste Spiel mit dem Team. Ich musste mich einfach erstmal komplett auf viele Spiele wieder, ja, wieder so ein bisschen gewöhnen. Lag zur Halbzeit auch zurück durch das Egentor. Das habt ihr gesehen. Habe dann sogar ausgewechselt mal wieder Zaha reingebracht. Und Cameron war so ein bisschen verzweifelt in dem Spiel. Weil ich fand den Gegner tatsächlich gar nicht so gut. Aber ich kam auf seinen Spielstil überhaupt nicht klar. Und habe dann tatsächlich dieses Spiel hier verloren. Er war, ich bleibe dabei, nicht der Beste. Ich würde sagen, nicht mal unter den besten Fünf. Aber so wie es halt dann manchmal ist. Ich habe auch, das war das Spiel, wo ich auch mit am schlechtesten gespielt habe. Und das lag einfach daran, auch an Hugo Sanchez. Erster Halbzeit war der komplett bodenlos. Und dann habe ich auch einfach, weil ich dann hinten lag. Ich habe ja sogar zweimal ausgeglichen. Kam ich einfach nicht gut zurück. Und das hat mich extrem geärgert, diese Niederlage. Weil ich wusste, sechs Spiele bei dem Matchmaking, das war ein vermeintlich leichteres Spiel. Das könnte noch ganz, 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 ganz teuer werden, diese Niederlage. Denn sie war wirklich insgesamt eigentlich vermeidbar. Und das haben wir dann noch gemerkt. Ich war ein bisschen sauer. Das sieht man an solchen Pässen hier, wo ich dann einfach den Ball blind nach vorne gespielt habe. Aber es wird aber zeitnah besser. Ich habe mich wieder fix gefangen. Und habe natürlich auch wieder mit Fekir im Sturm gespielt. Ich hatte halt drei Spieler, die Linksfuß sind. Fekir, Hugo Sanchez und Savio. Man wusste nicht so ganz, wie ich es aufbauen soll. Weil ich will eigentlich nochmal, eigentlich will ich immer zwei rechte, zwei Linksfußspieler haben. Im besten Fall natürlich mit fünf Stellen der Weakfoot, so wie hier Williams. Und ja, Hugo hat tatsächlich gefühlt gar nichts gemacht. Fekir war dann halt ganz gut. Der war dann rechter Stürmer bei mir. Wo ich dann immer mal wieder Finesse-Schüsse machen konnte. Der hat dann auch seine Truhe gemacht. So ist es nicht. Aber insgesamt dachte ich mir, ich muss das Team verändern. Habte dann erst die Idee, dass ich ja Adeyemi reinstellen kann. Ihr seht auch in der IV jetzt hier schon Azpilicueta. Aber hab dann Boniface sogar noch spielen können. Weil ich hatte ja Kobel schon durch den Schweiz-Link mit Charka voll. Und Boniface für die letzten Spiele dachte ich mir, der hat uns das letzte Mal schon in Rang 1 geballert. Dann testen wir den auch nochmal. Adeyemi hätte ich halt auch noch spielen können. Aber ich bin das auch, weiß Gott, kein Adeyemi-Fan. Das reicht ja dann auch, wenn wir schon Kobel den Imposter drin haben. Erstes Spiel mit Kobel, erste Niederlage. Woran lag's? Bestimmt nicht daran, dass ich schlecht gespielt habe. Sondern natürlich, dass ich den BVB-Keeper hinten drin hatte. Natürlich ganz klar. An mir lag's nämlich nicht. Logisch. Und Boniface hat aber dann auch wieder richtig gut genetzt. Also 14-1. Trotzdem wieder gut zurückgekommen. Aber hinten hat's ordentlich weiter gekracht. Jetzt, wie gesagt, mit Dante und Tar. Und auch das war okay. War's besser als Nestor und Pepe. Minimal. Aber es hat mir immer noch nicht gut gefallen. Vielleicht lag's daran, weil ich einfach an dem Tag dann in der Abwehr nicht ganz so gut war. Es ging aber eigentlich. Vorne war's natürlich richtig geil. Jetzt mit Boniface. Ich konnte dann teilweise so wechseln in Hälfte 2, dass ich Rodri reingehauen habe. Zaha und Kea. Und dann hatte ich halt auf dem Platz so Boniface, Zaha, Fekir, Rodri und so weiter. Das war dann schon auch ein ziemlich gutes Team. Und das hat mir dann auch nochmal geholfen. Rivaldo hatten wir nämlich reingestellt für die Chemie wegen Dante. Den konnte ich dann immer mal wieder raustun halt. Und so konnte ich das Team auch in Hälfte 2 oft dann einfach auch nochmal, man muss es so knallert sagen, upgraden. Das war sehr nice. Spiel Nummer 17 war auch ein guter Gegner, wo ich tatsächlich 2-0 geführt habe mit meinen ersten beiden Chancen. Der hatte die ganze Zeit Druck, hat die ganze Zeit hier so Playerlocked gemacht, Übersteiger. Also diese typische Schwitzer-Mentalität. Ist nach dem 2-0 dann raus. Das war sehr gut. Also da wusste ich schon, das war nochmal ein richtiger Brock. Nachdem davor die Spiele potenziell ein bisschen einfacher waren, ja auch die Niederlage. Ich wusste am Ende, wie jetzt nochmal hart. Nächstes Spiel, der Typ hieß Quick Win, auch der war gut. Und auch hier stand es dann tatsächlich relativ fix 3-0. Aber auch da dürft ihr euch nicht beeinflussen lassen. Er hatte sogar auch einen roten Van Dijk und so. Das war auch ein Spiel, wo tatsächlich dann auch einfach alles lief. Und der ist dann auch rausgegangen. Aber ich dachte mir schon, jetzt habe ich noch zwei Spieler. Einer wird ein Brocken, einer wird einfach. Genau das waren meine Worte zu meinem Chat. Weil ich dachte mir, es ist immer so. Am Ende war es oft so, dass so um 18, 19 Siege, da haben wir auch oft dann nochmal verloren. Und wir haben halt schon diese eine Niederlage uns leider reingeholt. Jenen Gegner, gegen den wir auch hätten gewinnen können. Das heißt, ich wusste, verlieren verboten. Ich will natürlich den dritten Pick haben. Ja, das Spiel war hier jetzt gegen Son unter anderem. Und hier sind nur Drecks-Tore gefallen. Das erste Tor vom Gegner war ein Drecks-Tor. Mein Tor war ein Drecks-Tor. Guckt euch das hier an. Ab 45. Minute, der Schiri pfeift nicht ab. Al-Oweyran setzt sich da irgendwie gegen Cancelo durch. Atspile Körter kommt nicht in den Zweikampf. Dante zu spät. Typisches 45. Minute-Tor. Kann ich mich beschweren? Nein. Schaut euch mein Tor an. Und ich wusste, das war ein richtig guter Gegner. Der hat cool gespielt. Der hat nicht nervig gespielt, sondern der konnte einfach gut zocken. Verlängerung. Habe ich auch wieder das übelste Müll-Tor gemacht. Wie Boniface den reinschießt. Keine Ahnung. Und habe dann hier tatsächlich leider in der 110. Minute schlecht verteidigt. Es ist einfach so. Da war ich einfach ein bisschen zu ungeduldig. Und dann ging es ins Elfmeterschießen. Das war so. Nach vier Stunden WL. Ich glaube, dass ich das über die Zeit gerettet hätte, wenn ich ein bisschen konzentrierter gewesen wäre. Ich hatte noch ein, zwei Chancen noch. In der Verlängerung war ich ein Stück besser. Nun, nur ein kleines Stück. Wieso hole ich es so weit aus? Weil ich natürlich in dieses Elfmeterschießen, obwohl ich den ersten Elfer gehalten habe, nicht ganz so erfolgreich absolviert habe. Und wir haben leider Rang 1 im Elfmeterschießen dadurch verloren. Denn ich verschieße jetzt hier leider gleich ein. Ich schieße in die Mitte. Er hält den. Und er schiebt den jetzt hier rein. Und somit stehen wir dann jetzt gleich 17 zu 2. Eine Niederlage, über die ich mich nicht so geärgert habe, wie über die erste, weil es einfach ein guter Gegner war und man verliert im Elfmeterschießen. Meine Tore waren auch komplette Rotze. Also die Sachen, die wir beide gut gemacht haben, wurden nicht belohnt. Und wir wurden beide für so kompletten Quatsch belohnt. Am Ende war es halt 10 zu 12 Schüsse. Hier 3,0 zu 3,9. Er hatte also auch die potenziell besseren Chancen. Ich habe sogar dieses Eckentor da gemacht mit Miku Wills. War es niemals reingehend da. Also ich konnte mich nicht beschweren, dass ich das Spiel verliere. Es war einfach ärgerlich, dass wir davor schon dieses eine Game verloren haben. Und so blieb uns dann also noch das letzte Spiel, um zumindest die 1-2-5er-Pick-Auswahl zu sichern. Und so wie ich es prediktet habe, ein Spiel kommt Brecher, ein Spiel wird es einfach. Genau so war es dann auch. Der letzte Gegner war dann wirklich nochmal so wirklich, ja, ziemlich leicht. Sodass ich hier nach 25 Minuten mit relativ simplen Toren 3-0 geführt habe. Der ist dann rausgegangen. Also am Ende 18 Siege. Leider knapp Rang 1 verpasst. Trotzdem war ich insgesamt sehr zufrieden, weil wir mit coolen, kreativen Teams gespielt haben und auch das Teamwechsel immer wieder vollbracht haben. Leider hat uns das halt so ein bisschen das Genick gebrochen, weil wir, nachdem wir das Team gewechselt haben, direkt das erste Spiel verloren haben. Das gehört aber halt nun mal mit dazu. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir Karten kriegen, die wir dann nächste Woche wieder zocken können. Neue Karten vor allem, die wir richtig gut zocken können. Und die Rewards gibt es jetzt natürlich wie immer live. Ganz viel Spaß damit. 18 Siege. Ihr habt es ja schon gehört. Ich bin noch leicht angebrochen. Aber mal gucken, ich hätte so gerne den dritten gehabt. Aber wir haben das häufig auf der Pack to Glory, dass ich euch sage, wir hätten sogar noch einen Rang mehr holen können. Ich glaube, am Ende liegt es dann doch so ein bisschen an dem Team, dass wir nicht einfach, ja, dass wir nicht immer das zocken können, was wir wollen, sondern immer so ein bisschen limitiert sind. Aber das gehört mit dazu. Dafür hatten wir letzte Woche Rang 1. Wir haben gleich auch noch ein 10x85+, soweit ich das richtig gesehen habe. Ich würde ganz gerne Lewandowski haben, auch wenn der schwer ist zum Verlinken. Aber wir haben ja Kanzelo. Das wäre cool. Oder meinetwegen auch mal Gündogan. Den würde ich auch mal gerne spielen. Am besten wäre natürlich Grießmann. Wir schauen mal. Auf geht's. Erster Pick. Wir kriegen nur Mülle. Okay, also wir haben Nico Williams schon. Wir haben Savio schon. Ich denke, ich werde Kavachal nehmen. Der ist bei Real. Spanier. Ja. Bisher waren die roten Pics jetzt hier nicht ganz so gut. Letzte Woche Erinnerung. Rang 1. Donnarumma. Loco. Und Medina. Nun ja. Irgendwas Gutes. Komm. Oh, Rodrigo. Der ist cool. Der ist ein Baller. Und sogar jetzt Real. Ich habe den Real Link mitgenommen. Oh, der ist nice. Der ist super. Der ist super. Der kann auch verschiedene Positionen. Der ist Brasilianer. Den kann ich sehr, 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 sehr gut einbauen. Und die Karte sieht auch richtig cool aus. Das ist gut. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Das ist schon einer der, den ich am meisten haben wollte. Ach, gut. Und die beiden linken, linken zueinander. Der ist komplett krank. Ich glaube auch. Passt der sogar noch in die Evo rein? Glaube. Wir können den sogar, glaube ich, noch, noch mal besser machen, ne? Yo. Oh, nice. Das machen wir safe. Deswegen habe ich bis zum letzten Tag gewartet von der Evo. Den hauen wir da safe rein. Also einfach da sogar ein 94er, Rodrigo. Das ist super. Das mache ich auf jeden Fall fertig für die nächste Woche. So, und dann können wir ja auch noch Münzen kriegen. So ist ja nicht. Ähm. Und haben auch noch 125 Carbix. Ich mache den Tots-Counter mal wieder rein. Wobei, ich glaube, wir ziehen, ob wir aus den 125ern nochmal einen Tots ziehen. Ich weiß ja nicht. Buchennen. Sieht man auch selten, habe ich das Gefühl. Aber das ist doch schon mal, das war cool. Also dafür hat es sich gelohnt. Dafür, ähm, war es dann doch sehr, sehr geil. Roten Rod, Rodrigo, über den freue ich mich sehr. Zumal der sich auch nicht überschneidet mit meinen kranken Rewards auf meinem Main-Account, wo ich ja Felix, Ramos und Araucho hatte. Hätte ich jetzt so einen Felix hier auch gehabt, ich brauche den halt nicht auf beiden, äh, Accounts. Dann nehme ich lieber einen ein bisschen billigeren Spieler mit, der aber auch richtig geil ist. Also das ist, das ist super, das ist mega. So, da haben wir noch doppelt 86 plus. Ah, sogar noch mal einen tauschbaren Tots. Portugal. Ah, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon. Ich dachte schon. Ah, aber immer noch mal einen 93er Savio. Gut. Leo. Dachte Felix. Ja, das hätte ja dann doppelt Walkout Felix sein müssen. Das wäre ja komplett wild gewesen. Den Counter noch auf 94 stellen. Okay. So. Und dann haben wir natürlich noch vielleicht das Thema von Max Plus, aber erstmal das 3er Tots Pack. Come on. Gehen wir münzen. Dann können wir noch mal ein paar Upgrades machen. Vor allem nächste Woche dann wieder. Nächste Woche könnten wir dann wieder richtig, richtig viele machen. Wir haben so 400k mit dem Savio. Ich sag mal, so ein 200k Spieler wäre super. Wer wäre denn so 200k? Gibt es da überhaupt irgendwas? Gündogan 300, Kamavinga 390, Cancelo 300, Isco. Irgendwie sowas. Auf geht's. Wir gucken. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das ist ein 91er. Mit Danni Kava-Khalz. 92. Ja. Ja. Und Nico Williams. Hm. Also es sind 21k, 20k und 34k. 75.000 Münzen. Ja. Dazu sag ich nur gut, dass wir den Rodrigo geholt haben. Ne? Okay. Ja. 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 Kucken wir uns nochmal unsere Ziele ab. Schauen wir da nochmal. Oh, wir haben sogar 2 10 mal 85 plus, glaube ich. Wir haben das hier. Wir haben das hier. Oh, lol. Ja, okay, okay, okay. Wir sind wieder da, EA. Wir sind wieder da. Und hier kriegen wir noch einen 5 mal 87 plus. Ja, gut. Da kann also noch was kommen. Wir sind sogar mittlerweile jetzt Level 33. Mal gucken, was ich noch mit den Doppelten machen kann. Erstmal das 4 mal 84 plus eben. Super. 95. Der Tod. Osiman und Doppelt. Mit Die 100 machen wir, glaube ich, heute nicht mehr voll. Dann müssen die Packs jetzt schon komplett krank sein, die letzten. Oh, der IV. Wow. Das sieht man direkt. Okay. Kimmich, Martinez, Scales. Boah, aber sehr gutes Pack für ein 4 mal 84 plus. War das gefühlt das Beste heute. So. 7 mal 85 plus. Nigeria. Osiman. Das schreit nach noch einem Eigenpick. Auch doppelt, natürlich. Mit Salah. Aber das brauchen wir sowieso nichts mehr. Gold brauchen wir gar nichts. Okay. Und Osiman tun wir mal eben rein. Und die beiden 10 mal 85er. Tots haben wir. Aubameyang. Buonga. Doppel, ne? Also mindestens schon mal 87. Mit Martin, Prieto und Buonga. Haben sie mir auch die besten Tots überhaupt gegeben? Na ja, okay. Na, ist aber auch jetzt nicht so krass. Du hast halt zwei Tots, aber sonst auch nicht so krass. Schaffen wir jetzt drei Tots? Ich befürchte nicht. Ich will die 100 voll machen. Komm. Ja. Argentinien. IV. Es ist schon mal doppelt. Also schon mal 99. Ach, Martin, Prieto. Da muss noch einer hinter sein. Mach die 100 voll. Ne. Wir bleiben bei 99. Da ist er bodenlos. Ja gut, mit den beiden. Also die kann ich nichts mit anfangen, ehrlicherweise, ne? Wir geben nicht auf. Zum Abschied noch einen Icon Pick zum Ende der Folge. Ja, was bräuchte ich? Weiterhin IVs, ne? So ein Blanc oder sowas. Das wäre natürlich sehr gut. Also, Team, zeige ich euch dann gleich nochmal kurz. Wie wir es dann aufbauen können mit Rodrigo. Vielleicht hilft die Icon dann noch. Vielleicht können wir die dann wieder nächste Woche einbauen. Nester habe ich gespielt, den ich letzte Woche gezogen habe. Auf geht's! Icon Keeper. Vielleicht gar nicht so bad. Aber wir nehmen das natürlich. Aber da hätte ich jetzt vielleicht lieber so einen Fandasa gehabt. Oder so einen Tschech. Van Nistelrooy. Kann man den zocken? Das ist ein 91er Torwart, ne? Aber der hat halt nichts über 91. Der sieht ja aus wie so ein 85er Torwart. Ja, dadurch, dass es ein Torwart ist, nehme ich den nochmal mit. So, habe ich jetzt erstmal das Team aufgebaut. Mit natürlich Cavachal und Rodrigo drin. Und Azpliqueta. Der Fekir ist schon wieder rausgeflogen. Rodri wäre dann mal wieder drin. Greenwood. Und zählt halt immer noch so eine Manchester City-Karte. Eine zweite. Vielleicht schaffen wir es ja, die irgendwie aus einem garantierten Totspack nochmal rauszuholen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Naja, lasst natürlich wie immer einen fetten Daumen noch rum da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Pack-to-Roy-Folge. Ich gucke mal, wie viele Coins ich zusammengekratzt kriege. Und ob wir dann vielleicht noch Upgrade-Packs machen. Oder ob wir vielleicht sparen dann für Serie A. Wir gucken alles Step-by-Step. Bis dahinter, Freunde. Tschüss.